Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Angespiel, heute von einem Steam-Spiel namens ROAR, der Adventures of Rampage Rex. Ich habe tatsächlich auf der Steam-Version nicht herausfinden können, ob das Spiel kostet oder nicht. Oh. Ja, wir bleiben mal beim Englischen. Und das Spiel ist so ähnlich wie diverse Mobile Games, ich mache das kleine Stückchen leiser noch, wo du im Prinzip rumläufst, was frisst, größer wirst und noch mehr frisst. A to continue, ich habe kein A. Gut, ich drücke immer nur die ganze Zeit Space, ist okay. Achso, Space ist einfach nur zum... Alles klar. Ding. Man bräuchte jetzt scheinbar ein Gamepad. Welches ich nicht habe. Sue Derex was deep and peacefully from millions of years. Wir schliefen Millionen von Jahren. Dann gab es Geräusche. Und wir kriegen bestimmten Felsen auf den Kopf. Und dann sind wir böse. Wie immer. Sue pipe down up there. I'm trying to sleep. Genug ist genug. Jetzt komme ich. Nom 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 nom. Was geht hier ab? Squiddy. We are conquering the Earth. Nobody can stop us. Die wollen die Werte übernehmen. Wo ist er? Der hier oder was? Der da? You woke me up. Prepare to be destroyed. Okay. Also. Wrecks gegen... Ähm. Oder. Wrecks gegen Dingensen. So. Achso, ich muss euch irgendwie da schlagen. Okay. Okay. Okay, es ist nicht wie... Wie diese Auffress-Games. Alter, die Sensibilität der Maus ist ja ekelhaft. Destruction. Okay. Ich hab's anders tatsächlich gedacht. Aber jetzt ist einfach nur ein... Ein normales Beat. Oh, nice. Nom nom nom. Ein normales Beat'em up. Einfach schlagen. Aber ich hätte gerne... Okay, kann ich jetzt nicht ändern. Nom 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 nom. Ich soll hier rüber? Tatsächlich kann hier rüber. Bam, 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 bam. Ich hab' wie gesagt nicht herausgefunden, ob das Game was kostet oder nicht. Es gibt noch ein anderes Rex Game. Jurassic Rex. Jurassic. Ja. Das hat irgendwie 2,30 oder so gekostet. Hier wusste ich's tatsächlich nicht. Huiiii. Huiiii. Stirb. Nom 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 nom. Huch. Krieg' ich Punkte einfach nur fürs Rumrennen? Ja, aber. Einfach nur kaputt machen. Nom 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 nom. Alles zerstören. Böse Menschen. Huch. Ein Ranger. Oh, die Mausempfindlichkeit ist so disgusting. Bam, bam. Eine Wespe war das gewesen. Okay, wir haben die Insel gekleert. Da fliegt noch der Schuss. Und da sind noch mehr Wespen. Nom 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 nom. Richtig hässliche Wespe. Alles zerstören. Nom 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 nom. Aber da ist noch eine Insel dahinten. Miuuu. Nom 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 nom. Was aber da schön ist. Ein Geschenk. Miuuu. Zu wie doof das mit dem Monster also angezeigt wird. Alles kaputt machen. Miuuu. Gut. Also sagen wir, reines Beat'em up. Einfach nur straight alles kaputt machen. Dann ist noch eine Insel. Ist ja auch doof. Gibt es ja auch ein Wohneende? Levelmäßig oder so? Du hast einfach eine Riesenwelt, die wir immer wieder neu zerstören. Oh, geil. Bam, bam, bam. Dann geht es noch mehr weiter. Okay. Uh, ein Kran. Ein Hopper. Der schießt. Der schießt uns Sachen entgegen. Das ist aber noch ein Hopper gewesen. Ui. Der schießt. Der hat nämlich gerade essen wollen. Tricksack. Und dann haben wir noch mehr und noch mehr. Bam, bam. Hau ab, Wespe. Alle aufessen. Nom nom nom. Da haben wir noch ein bisschen. Ich weiß nicht, was das ist. Ein Skill? Fähigkeit? Ich kann mit rechten Monsters da auch noch was machen. Linke Monsters, das rechte Monsters. Einfach spammen. Ein Bumbler. Und das schon wieder sowas. Vielleicht macht uns das irgendwie kurzfristig stärker. Ich weiß es nicht genau. Das ist ein Stück Fleisch für meine full Lebenspunkte. Oh, ein Flughafen. Hallöchen. Weg damit. Ab hier. Und noch eine Insel. Und einen Leuchtturm. Den Funkturm. Nicht den Leuchtturm. Den. Den Airport Tower. Oh, ich kann mich rollen. Wer war denn da? Ach, das ist ein... Sind das vielleicht die Fähigkeiten, die ich von den Krieger? Aua. Da hat jemand einen Sprengfass gelegt. Aber ich verlieh die Fähigkeiten hat irgendwann auch wieder. Nach einer gewissen Zeit. Nam, 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 nam. Ich dachte, hier stand noch was von wegen. Größer werden und alles kaputt machen, aber... Hätte ich wie gesagt, wie dieses Snake-Spiel oder womit mit dieser einen Person da rum... Ach nee, diese eine Person ist ja diese Massengames gewesen. Wo man dann auch so ein Dino spielen kann. Und dann Gebäude und andere Gegner essen muss, um größer zu werden, um noch mehr Dinge essen zu können. Aua. Nom, 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 nom. Dann vielleicht Ende. Nee, da geht's immer noch weiter. Hm, hm. Hm, alles kaputt machen. Mom. Oh, wir können die überrollen. Cool. Tintenfisch gegen Dinosaurier. Bam, 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 bam. Ich weiß nicht genau, wann er rollt. Und dann geht's aber auch noch lang. Ah, ja, 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 ja. Oh, Hallöcher, wie bist du denn? Ferris. Ein Riesenrad. Wir werden uns gleich auch mal killen lassen, was passiert, wenn wir sterben. Das ist eine Waffe, die ich bekommen hab, ne? Aber die Mausen find ich jetzt so disgusting. Aua. Gut, hat also leider nicht so viel Content, wie ich gedacht hätte. Und das ist auch nicht von der Spielart her das, was ich haben wollte. Die sehen schon ein bisschen gruselig aus. Was, wenn ich eigentlich noch weiterlaufe? Ich hab einfach keinen Bock auf euch. Geht nicht, wa? Ich bin hier, bin hier, hänge ich hier? Ja. Man kann echt nur weiterlaufen, soweit man die gekillt hat. Das ist crazy. Bam, bam, bam. Dann können wir weiterlaufen. So, wir lassen uns von dem mal killen. Ey, ich will die kaputt machen. Meine, meine Container. Bam, 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 bam. Meine Schirme. Nam, 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 nam. Was geht's da oben lang, oder was? Da hinten lang. Ich will dich, ich will sterben. Erkillt mich mal. Mal schauen, was danach passiert. Ob wir da von vorne anfangen. Die Roller über mich drüber. Die Schweine. Das ist ja schade. Ist nicht das Game, was ich gedacht hätte. Aber dafür spielen wir es ja an. Game over. Darkie. Dark. D, Y und T. Willkommen im Tutorial. Achso, das fängt einfach wieder so an. Das ist ja doof. Naja. Reactopedia. Sue. Squiddy. Meat-O. Manowar. Construct. Hammer. Roller. Wes. Bumbler. Hopper. Piercer. Den Jill hatten wir noch nicht. Den Diver auch nicht. Den Ferris hatten wir schon. Wheeler auch. Es gibt noch ein paar andere Gegner. Goofu. Okay. Guck mal in die vorne. Da war es das gewesen. Angespielt. Zu Raw. The Adventures of Rampage Rex. Und wir sind es in diesem Fall angespielt wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.